In diesem Moment darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen zum heutigen Talk. Wir haben ihn genannt, 11 Jahre Ubuntu im Unternehmenseinsatz. Ein ehrliches Resümee, also wenn ihr jetzt anfangt mitzurechnen, gleich werdet ihr feststellen, dass es da so ein paar sachliche Schwächen gibt an diesem Titel, aber daran werden wir uns nicht aufhängen. Also es soll heute darum gehen, wie wir in unserer Firma seit knapp elf Jahren mit Ubuntu unterwegs sind, was wir an guten, was wir an schlechten Erfahrungen gemacht haben. Mein Name ist Julius Mischock. Ich habe zusammen mit meinem Bruder Kayetan, der hier in der dritten Reihe sitzt, vor elf Jahren die Mischock GmbH gegründet. Wir sind gestartet damals als Software-Dienstleistungsbetrieb und entwickeln uns jetzt ganz stark dahin, Digitalstrategien insbesondere für den Mittelstand zu entwickeln. Das kommt aus der Erkenntnis der letzten Jahre, dass es gar nicht unbedingt mit Software und Softwareentwicklung getan ist an vielen Stellen, sondern dass man, wenn man sinnvolle Prozessanpassungen umsetzen möchte in Unternehmen, man möchte also ein Value Stream Mapping machen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren, dann muss man erst mal anfangen und mit den Unternehmen rausarbeiten. So, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Was ist denn eure Strategie? Was ist eure Vision? Und auf dieser Grundlage kann man Veränderungen auch in der Organisation vornehmen? Und da gehen wir hin, das Ganze mit einem sehr starken Wertschöpfungsaspekt. Also das muss sich natürlich lohnen. Die Zeit, wo wir einfach Software entwickeln konnten, um der Softwareentwicklung willen, die ist wohl vorbei. Das müssen wir jetzt ganz anders rechnen mittlerweile und da gehen wir sehr stark in die Wertschöpfung. Das ist der eine Ast und der andere Ast ist, dass wir vor drei Jahren angefangen haben, einen Bildungsträger zu gründen oder wir sind Bildungsträger. Mit der Mischock Academy bieten wir Umschulungsmaßnahmen an im Bereich der IHK-Abschlüsse, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Systemintegration und machen alles, was flankierend hilft, diese Ausbildungs- oder Umschulungsberufe dann zu erlernen. Ich selbst beschäftige mich seit 20 Jahren mit Softwareentwicklung und bin ganz gerne, so wie heute, auch unterwegs und gebe dieses Wissen und die Erfahrung weiter. So, ich nehme mich mit auf eine kleine Zeitreise. Also links seht ihr tatsächlich, wie es losgegangen ist. Wir haben gegründet mit zwei alten Notebooks und Bildschirmen und ein paar Tastaturen. Und das war es und haben also in unserem damaligen Arbeitszimmer eine Ecke, wir haben sie noch nicht mal freigeräumt, wie ihr seht, sondern wir haben einfach die Rechner aufgestellt und losgelegt im Jahr 2013. Jetzt mittlerweile sieht es etwas luftiger und aufgeräumter aus. Also ich glaube auch, aufgrund dieser Erfahrungen, die wir da hatten, in diesem Hinterhofbüro kann man fast sagen, verfolgen wir jetzt eine sehr klare Clean-Desk-Strategie. Das heißt, wir achten auf ein aufgeräumtes Arbeitsumfeld. Auf der rechten Seite seht ihr ein Bild unserer Konferenz, die wir letzten Jahres bei uns hatten, wo es um wirklich Zukunftsthemen für Unternehmen ging. Wir machen eine Zeitreise und wir starten im Jahr 2013. Ich habe gesagt, wir wollten ein Unternehmen gründen. Das war eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir haben vorher schon zusammengearbeitet, Kai, Tan und ich, und wollten, wussten, in welche Richtung das gehen soll. Und dann ist natürlich die Frage, naja, was macht man dann am einfachsten? Ja, okay, wir haben in dem Moment, ich glaube, es war Windows XP noch, gell? Ich weiß es nicht. Also Windows XP, also irgendein Windows-Betriebssystem, was auf diesen alten Kisten schon drauf war. Ja, das war irgendwie der Weg des geringsten Widerstands, das kannten wir und damit haben wir losgelegt. Und der Vorteil dieses unaufgeräumten kleinen Büros damals war, die wunderschöne Lage. Das heißt, wir waren ganz oft hier zum Pause machen mittags oder nachmittags. Weiß jemand, was es ist? Wo sind die Augsburger? Lokalpatrioten? Ja, das ist der Hofgarten. Da gibt es also, das ist ein wunderschön gepflegter Garten mit so ein paar Grünflächen und so weiter und so fort. Und es gibt noch was Besonderes in dem Hofgarten. Ich habe leider kein Foto gefunden. Weiß es jemand? Ein Standort? Es gibt einen offenen Bücherschrank. Und eines Tages guckten wir so durch nach unserer Pause und haben original, also ich habe das noch aufgetrieben, es ist original dieses Buch. Wir haben das Buch mitgenommen und kein anderes reingelegt. Aber unterm Strich finde ich das trotzdem gerechtfertigt, weil wir mit diesem Buch uns mal damit auseinandergesetzt haben oder angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen, was nutzen wir denn für Software? Was nutzen wir dann auch auf unseren Windows-Kisten gerade an Software? Und wir stellten irgendwie nach dieser Auseinandersetzung fest, naja, wir nutzen eigentlich ganz viel von dem, was auf diesem Ubuntu 10.10, da ist richtig eine DVD-ROM, glaube ich, drin gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das Original noch haben. Also sie ist nicht mehr drinnen. Doch, die ist noch drin. Ja, also es gibt hier diese Original-DVD. Ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich an die Zeiten. Und wir stellten halt fest, als wir das ausprobiert haben, das war ja ganz neu damals. Also ich konnte diese DVD reinlegen und ich konnte von der DVD booten. Das kam ein paar Jahre vorher und dann stellten wir halt fest, naja, wir nutzen gerade eigentlich unter Windows einen Großteil oder fast ausschließlich diese Programme, die hier vorinstalliert sind. Und warum sollten wir dann nicht diesem Betriebssystem Ubuntu an der Stelle eine Chance geben? Und so sind wir im Jahr 2014 in aller Unbedarftheit, muss man sagen, weil keiner von uns wirklich Erfahrung hatte in dem Bereich. Also wir kamen aus der Windows-Welt, sind wir da reingestartet, gestolpert, also mit so Themen, dass wir uns vorher noch nie über Long-Term-Support-Versionen Gedanken gemacht hatten und so weiter und so fort. Dann haben wir erstmal die 10.10er-Version da installiert und festgestellt, das war jetzt nicht so eine gute Idee, sind dann aber relativ schnell, glaube ich, wir starteten, also das muss ziemlich genau vor 10 Jahren gewesen sein, wir starteten, glaube ich, gerade noch mit 12.4 und sind dann relativ schnell auf die 14.4 gesprungen. Und jetzt, 10 Jahre später, ziehen wir ganz ehrlich und ganz offen ein Resümee gemeinsam mit euch. Diese Schreibweise gibt es nicht. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Der Begiel, unser dritter Bruder, der hat den Talk eingereicht, ich muss nachher nochmal mit ihm sprechen. Diese Schreibweise vom Resümee gibt es nicht. Im Deutschen muss man es mit Ü schreiben, das finde ich Wahnsinn. Ohne Axon sieht es auch nicht schön aus, nur bitte beruft euch nicht auf uns. So, haben wir es gelernt. Okay, wir fangen mit den unangenehmsten Dingen an. 10 Jahre Ubuntu im Unternehmenseinsatz. Was lief damals schlecht, was läuft bis heute schlecht? Wir hätten eigentlich so ein Voting machen sollen vielleicht, so was, was ihr tippt. Gut, ja, kommt gleich. Ich glaube, ich habe es sogar beim, was sich verbessert hat. Also ein Thema ist der Passwortmanager, der immer noch empfohlen wird, ist KeePass beziehungsweise so diese Familie drumherum. Wir haben damals eine Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir möchten Passwörter erstmal nicht über Netzwerk laufen lassen. Das hat einfach den Vorteil, dass ich dann freier bin und nicht groß unterscheiden muss, welche Wichtigkeit hat ein Passwort. Ist es also ein Admin-Passwort, wo ich alles lahmlegen kann oder sonst was, sondern wir haben ein Lokal-Passwort-File, wir haben einen Passwort-Manager und es gibt den, wir nennen ihn den Knochen. Also es ist ein 32 MB USB-Stick original gewesen, also wirklich so in der Größe dieses Presenters hier, wie man ihn damals hatte in den 90er und Nullerjahren. Mittlerweile ist dann der Original-Stick da drin kaputt gegangen und jemand hatte also in liebevoller Kleinarbeit einen aktuelleren Stick mit mehreren Gigabyte in dieses Knochengehäuse rein. Das nutzen wir, das funktioniert auch. Wir haben mittlerweile noch einen sicheren Weg, Passwörter auszutauschen über Yo-Pass. Das funktioniert soweit auch. Ansonsten sind wir eigentlich soweit mit dieser Lösung stabil, weil wir wissen, wo die Passwörter liegen. Das ist so, dass die Leute regelmäßig synchronisieren. Der Austausch funktioniert relativ gut. Aber KeyPass bzw. KeyPass 2, das ist letztendlich eine Mono-Anwendung. Also das ist eigentlich eine .NET-Anwendung, die halt auf meinem Ubuntu läuft. Und das ist jetzt von der Usability so mittel. Also es funktioniert, aber wir gucken da alle zwei Jahre mal nach, ob es ein Update gibt, ob irgendjemand sich erbarmt hat und eine andere Lösung gebaut hat. Und bis dahin leben wir mit diesem Offline-Pass-Sword-Manager. Was irgendwo in der Natur der Sache liegt, wenn ich aus dem Windows- und Office-Universum komme, habe ich einfach sehr viele Dinge connect. Also ich kannte das halt so als Office-Power-User, dass ich halt relativ einfach eine Excel-Liste habe und ich habe in Word meinen Serienbrief und ich habe meinen Outlook und jetzt kann ich also auch eine Serien-E-Mail relativ einfach erstellen. Also ich kann dann irgendwie über Word meine Serien-E-Mail starten und dann greift er auf mein Outlook-Adressbuch zu und so weiter und so fort. Ich habe hier einfach Grenzen in dem Setup, in dem wir uns bewegen. So wir haben uns entschieden für, oder wir nutzen Thunderbird für die E-Mail-Kommunikation. Wir haben sowas wie Adressen in der Nextcloud-Instanz, synchronisieren das rein in den Thunderbird und dann habe ich aber halt mit LibreOffice noch eine weitere Partei. Das heißt, ich habe einfach aufgrund des Aufbaus, so wie es gemacht ist, habe ich einfach mehr Grenzen dazwischen und ich habe einfach in Anführungsstrichen das Problem, dass ich ein paar Stufen gehen muss und ein paar Übergaben habe. Und jetzt ganz konkret auf dieses Beispiel sieht es halt so aus, dass ich mit LibreOffice ja erstmal so eine Datenbank erstellen muss und es einfach sich nicht so fluffig anfühlt, wie wenn ich das jetzt mit meinem Office mache. So, das ist ein Punkt, wo ich sage, im Arbeitsalltag alles, was jetzt administrativ ist, haben wir da einfach, haben wir gewisse Grenzen und da hat sich noch nicht so viel getan, leider. So, und was stabil schlecht läuft, diese Section ist glücklicherweise relativ kurz, kommt jetzt lange nichts, da kommt wirklich ganz, ganz lange überhaupt nichts und dann kommt aber ein Punkt, der einfach echt Schmerzen macht. Ich sehe diesen Tag als eine große Chance. Vielleicht hat jemand eine bessere Lösung oder erzählt uns, warum unser Setup schlecht ist, aber ich nehme euch ganz kurz mit auf diese schmerzliche Reise. Also, wir sind sehr stark, insbesondere in dem Bereich, was früher Softwareentwicklung war, wo wir jetzt in den Beratungsbereich reingehen, sind wir natürlich sehr stark in Kundenkommunikation. Also, wir haben relativ viele Absprachen, es gehen Termine hin und her und so weiter und so fort. Unser Aufbau, wie gesagt, wir haben Thunderbird, wir haben einen Kalender, der über WebDAV letztendlich dann aus Nextcloud kommt und wir nutzen Thunderbird dann eben für E-Mails und auch für die Termineinladungen. So, und unser Problem zumindestens in dem, wie wir es aufgebaut haben, ist, dass wir regelmäßig und regelmäßig heißt, ungefähr gefühlt zweimal im Jahr und das rechnet ihr jetzt mal auf zehn Jahre hoch, den Punkt haben, dass diese Thunderbird-Version mit der Plugin-Version, die installiert ist als Adapter gegen unseren WebDAV-Kalender oder CalDAV ist ja das Protokoll dann, was dagegen geht, dass die Versionen von Thunderbird und dem Plugin auseinanderlaufen. Und dann passieren da halt so Sachen, dass du Kunden zu einem Termin einlädst und die kriegen die Einladung nicht. Oder du nimmst noch jemanden auf den Termin raus und der Termin wird nicht verschickt. Oder es werden einfach gar keine Einladungen mehr verschickt. Und das kriegst du halt in einer Organisation von 30 Personen, die wir mittlerweile sind, halt irgendwann mit, weil einer auf die Schnauze fliegt. Und dann gibt es halt so eine Mail, die dann rumgeht und sagt, okay, ja, also es gibt gerade hier ein kleines Problem mit unserem Einladungsversand. Ihr müsst jetzt quasi in diesem Feld, wo ihr die Attendees eintragt, müsst ihr euch selbst erst mal rausnehmen und dann tragt ihr alle Attendees ein und drückt auf Speichern und dann funktioniert es. Und das ist was, was einfach sehr schmerzhaft ist für ein Unternehmen, was professionell und auch mit einem gewissen Tempo und einer gewissen Schlagzahl dann arbeiten möchte nach draußen. Und das ist tatsächlich was, was uns megamäßig wehtut. Ich habe jetzt vorhin draußen schon gebeichtet. In der letzten Runde hat es mich dann so genervt, dass ich dachte, okay, weißt du was, scheiß drauf, jetzt gehen wir irgendwie auf Office 365 im Browser und nutzen Outlook und bla, bla, bla. Und ich habe, also erst mal habe ich intern einige Leute überrascht damit und vielleicht auch etwas über Roll und dann hat mich die Firma Microsoft, ja, ich will nicht sagen überrascht, aber doch in dem Moment wieder auf den Boden zurückgeholt. Also dann kam raus, dass sie Outlook-Passwörter unverschlüsselt wieder auf US-Servern gespeichert haben. Und seitdem leben wir wieder mit der Lösung, die wir haben. Also es ist ein ungelöstes Thema. So wir gucken uns jetzt, wir gucken uns weitere Dinge an, aber vermutlich werden wir an der Stelle weggehen von der Lösung mit dem lokal laufenden Thunderbird. Das funktioniert ansonsten top. Haben da rein vom E-Mail-Versand keine Probleme, aber diese Integration Adressbuch geht. gibt es jetzt keine größeren Probleme, aber diese Thematik mit den Kalendereinträgen, es ist eine Katastrophe für uns. Also wenn jetzt jemand die Lösung für mich hat, gerne, wir haben Infostand direkt gegenüber von der Tür. Ich bin offen für eure Vorschläge. Ja, bitte. Ist das kalte Kraftwerk, sagt die Oben, die native Migration? Oh, bin ich jetzt gerade überfragt letztendlich. Ich muss die gucken. Ja, ich habe den Rechner da, also du kannst gleich das im Anschluss gerne gucken. Ja, naja, das klingt, also ich klaue mich an jeden Strohhalm, wenn du irgendwie was beizutragen hast. Okay, was hat sich denn verschlechtert? Auch das war spannend für uns zu betrachten. Gab es denn irgendwas, wo wir gut gestartet sind vor 10, 11 Jahren, was irgendwie so ein bisschen im Bach runtergegangen ist? Ich nehme das jetzt pro forma mal mit drauf. Also das ist natürlich nicht deren primäres Ziel. Microsoft Teams auf Ubuntu stabil laufend zu haben. Es gab durchaus aber mal zu Anfang gerade der Corona-Pandemie gab es eine Zeit, wo dieser Standalone-Client irgendwie funktionierte und man damit arbeiten konnte. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Also ich glaube, wir nutzen alle Teams im Browser und ich weiß nicht, wer von euch Teams nutzt, nutzen muss. Ja, so okay. Ein paar Hände. Habt ihr mehrere Accounts? Ja, okay. Also dann wisst ihr, was jetzt kommt. Also das ist kein Spaß. Und das Problem ist für alle, die das nicht kennen, wir haben halt für verschiedene Kunden verschiedene Accounts, weil es unterschiedliche Teams gibt. So, der Gipfel ist dann, dass ich irgendwann mal für jeden Kunden einen eigenen Browser hatte. Also ich habe vier Browser laufen und bin halt in einem unserer internen Teams für unsere Academy. Dazu sage ich noch was, warum wir da Teams nutzen. Dann habe ich einmal für den Kunden A, habe ich Chromium und für den nächsten weiß ich Chrome und hier habe ich den Firefox und ich muss halt immer wissen. Also wenn dann einer schreibt, dann muss ich sagen, ah ja, stimmt, Firefox. So, und dann gehe ich in Firefox und bin dann Teams angemeldet, weil dieses Ummelden von Teams, also wenn ich da einmal angemeldet bin, sich da abzumelden im Browser ist spannend, ja, und sich dann mit einem anderen Account anzumelden, weil da irgendwo, ich weiß nicht, ob das lokal ist oder bei denen, also irgendwo bleibt da eine Anmeldeinformation hängen und manchmal ist es unmöglich, ja. Wir hatten einen Kollegen, der hat sich dann bis zum Microsoft-Support da durchgekämpft, weil irgendwie seine Microsoft-Accounts falsch verdrahtet waren und der war in irgendeinem, in irgendeinem Kreis, den er nicht mehr aufgelöst bekommen hat. Also der kam in so einen Redirect-Circle in der Teams-Anmeldung und kam einfach aus eigener Kraft nicht mehr raus oder das hat der Microsoft-Support dann geglättet. Also das ist kein Spaß. So, das war mal besser, ist kein Spaß. So, jetzt ist es natürlich unternehmensstrategisch, also ich glaube, der Firma Microsoft kam die Corona-Pandemie insofern halt so ganz gelegen, weil sie mit Teams ein Produkt hatten, wo sie sich jetzt auch manifestiert haben, in Schulen, in Verwaltung, in vielen Firmen, wo sie jetzt so schnell nicht mehr zu verdrängen sind. Das ist jetzt einfach so. Wir haben ein bisschen bei Ubuntu profitiert, glaube ich, an der Stelle, dass der End-of-Life von Windows XP war und deshalb Ubuntu eine gewisse Popularität hat und auch ein Entwicklungstempo, was dann für uns sinnvoll war. So ist es im Leben. Also das kann man nicht sehen und ich würde jetzt der Firma Microsoft nicht unterstellen, dass sie an der Corona-Pandemie direkt beteiligt waren, aber sie waren halt zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Also ihre Primärstrategie ist natürlich nicht, mir das für Ubuntu vernünftig zu machen. Wir kommen halt an Grenzen. Also Kai-Tan und ich haben neulich eine Keynote gehalten bei einem Kunden und das Ganze lief als Teams, ich weiß es nicht, also nicht irgendwie so ein einfacher Teams-Call, sondern ein Teams-Event, wo es dann auch einen Moderator gibt und dann konnte man da ganz wilde Sachen broadcasten und was weiß ich, letztendlich es ging nicht. Es ging einfach nicht und wir haben dann 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn unseren Kram auf den Stick gepackt und unsere Accounts dann noch rübergezogen und haben das vom Windows-Rechner aus gemacht. Wir haben es nicht hinbekommen, also kein Spaß, wenn ihr darauf angewiesen seid, ja, macht euch auf was gefasst. Okay, aber damit haben wir diese Section, was sich verschlechtert hat und was stabil schlecht läuft, auch schon abgeschlossen. Ich habe gestern noch mal eine Umfrage im Team gemacht und es war beeindruckend, wie wenig wirklich sehr kritische Stimmen da kamen. Vielleicht haben sich nur die, die sich mit Ubuntu Wohlfühlen gemeldet, das kann ich jetzt nicht sagen, ist nicht ganz repräsentativ, aber wirklich mehr ist uns in der Vorbereitung auch nicht aufgefallen. Jetzt gab es Dinge, die schlecht gelaufen sind, jetzt kommt gleich der Scanner, die schlecht gelaufen sind, die sich aber glücklicherweise verbessert haben. Also, wir haben einmal LibreOffice, aus meiner Sicht ist es auf einem Niveau, jetzt mal abgesehen von dem Serienbrief und auch Seriendruck, finde ich ein bisschen hakelig, aber das, was wir machen, das, was ich mache, zum Beispiel hier so ein paar Slides zusammenschieben, Rechnungen auszustellen, mal Dokumenten, einen Bericht für den Kunden zu machen, ist es ein stabiles Ding und ich persönlich, der ich sowohl mit Adobe InDesign auch schon größere Dinge gesetzt habe, ich habe das mit Inkscape schon gemacht, ich habe mit LaTeX gearbeitet, ich glaube, wenn man ein bisschen versteht, wie Schriftsatz früher, als es wirklich physisch war, funktioniert hat, dann kommt man mit LibreOffice auch besser hin als mit Word. Also, es gibt ja diese wunderschönen Memes so nach dem Motto hier, also Bachelorarbeit ist fertig und dann habe ich auf Seite 27 noch ein Bild eingefügt und mein Dokument ist am Ende, das habe ich hier nicht erlebt. So, es schleift an anderen Ecken vielleicht mal, aber LibreOffice ist aus meiner Sicht was, was sich einfach stabilisiert hat und wenn man jetzt nicht irgendwie in der Masse, also wirklich diesen Seriendruck oder super aufwendige Themen da zu tun hat für den Bereich, den wir da tun, verwaltungsmäßig da hin und wieder was rauszuhauen, ein paar Dokumente, funktioniert es stabil und stabiler. Witzige Geschichte, wenn ihr, ich habe die Slides hochgeladen, wenn es euch noch interessiert, ihr werdet da keine Emojis finden, auch das so ein Punkt, wenn mir das einer erklären kann, also mir ist irgendwo klar, eingebettete Schriftarten in PDF und bla bla bla, aber wir haben es auch mit etwas mehr Anstrengung bis dato nicht hinbekommen, den dazu zu bringen, wenn er diese Impressfolien exportiert, dass die Emojis drinnen sind, also auch da, wer Bock hat, nachher am Stand gerne gucken, also wundert euch nicht, dass die so ein bisschen seltsam aussehen, ja, hier sind die so fresh und hin und wieder ein Zwinker, Smiley, aber im Export halt nicht. Genau, ein ganzes Thema Webmeetings, mal abgesehen von Teams, Zoom, diese ganzen Themen, also wenn ich zurückgucke, so zehn Jahre in Kunden, damals war, wie hieß es von, Cisco war das, WebEx, oder? WebEx. Ich habe mich nicht gewundert, als neulich da rauskam, dass die deutsche Bundeswehr dieses Tool noch nutzt, so, dann weiß man ungefähr, wie lang das her ist, dass es in der Industrie verwendet wurde, das sind so, das sind so Themen, das war anfangs ein bisschen hakeliger, sowas einzurichten und dann war immer das Problem, so, du hast halt einen großen Konzernkunden, vielleicht auf der anderen Seite, da, die sagen, wir machen nur Windows, wir supporten euch gar nicht, das funktioniert aber mittlerweile, würde ich behaupten, stabil, also auch so problemlos, dass es, dass ich da Veranstaltungen hosten kann, remote an Konferenzen, Talks halten kann und so weiter und so fort und das mache ich völlig problemlos unter meiner Ubuntu-Kiste, also das war was, was hakeliger war und was heute relativ reibungslos läuft. So, jetzt der Scanner, also es gab in unserer Firma, ich hätte vielleicht noch ein Bild machen sollen, es gab den ersten Medion-Scanner, den Aldi seinerzeit verkauft, es muss Jahrzehnte her sein, also als man sowas, als man sowas überhaupt als Privatmensch kaufen konnte, irre, ja und dann gab es den also im Aldi und unsere Familie war so Early Adopter dieser Wahnsinns-Technologie, ich weiß nicht, ob wir überhaupt was wirklich realistisch gescannt haben, jedenfalls stand dieses alte Ding da rum und wir haben das dann mitgenommen in die Firmengründung sozusagen und der müsste noch in irgendeiner Museumskiste bei uns rumliegen und ja, also die Integration war jetzt nicht nahtlos, um es mal vorsichtig zu formulieren, also wir mussten uns mit dieser mit dieser alten Kiste da ein bisschen auf die Hinterfüße stellen, wir haben es aber geschafft, man musste irgendwas dann da händisch installieren und es wurde über die Jahre dann noch ein bisschen komplizierter, aber grundsätzlich haben wir das mit diesem Konstrukt, mit den Treibern und mit Simple Scan hinbekommen, dem Ding Dokumente zu entlocken, auch in einer irgendwie für einen professionellen Bereich akzeptablen Qualität. So, was tatsächlich ein Problem ist, für uns ist sowas, dass heute kein Mensch mehr Bock hat, irgendwie zum Drucker zu rennen und sich mit einem USB-Kabel da einzustecken, um irgendwas auszudrucken. So, gleiches gilt für den Scanner und das ist tatsächlich nach wie vor ein Thema, das verbessert sich langsam, es ist noch nicht ganz perfekt. Ja? Also wir haben im Burs so ein Förder- und Funktionsgerät und ich brauche einfach überhaupt nichts zu tun, also ich brauche mal den Scanner, der Scanner erscheint automatisch und kann einscannen. Genau, genau und jetzt hast du aber gesagt, ihr habt irgendeinen Brother und das ist nämlich genau der Punkt, man muss ein bisschen drauf gucken, dass es den Support da gibt. Also und das Problem ist, dass die meiner Einschätzung nach sehr stark halt eingeschossen sind auf den Markt, also du findest immer sehr gut, welche Windows-Version es unterstützt, du findest nur einigermaßen, was es vom Mac unterstützt und dann ist es manchmal Glückssache. Viel mehr Hardware funktioniert, funktioniert auch sehr gut, aber wenn du jetzt irgendjemanden hinsetzt und sagst, ihr kauf mal einen neuen Drucker oder einen neuen Scanner, ist es halt manchmal ein bisschen Glücksspiel. Aber wie du sagst, ja, wir haben eben auch, ich glaube, wir haben sogar auch ein Brother-Ding mit Einzelblatteinzug und was weiß ich und das schnurrt eigentlich. Ja, also das war ein Riesenkampf. Wir haben auch ein bisschen Hardware gehabt, wo es einfach nicht richtig funktioniert hat, wo man dann so Zwischenlösungen finden musste, aber mittlerweile, wie gesagt, deshalb in der Section, was sich verbessert hat, das funktioniert. Man muss halt ein bisschen gucken und so Banalitäten wie hier dieser Presenter, letztendlich der macht ja nichts anderes, als sich als Tastatur hier zu installieren. Also das ist halt eine Tastatur mit irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Tasten. So, normalerweise funktioniert sowas, aber es steht halt nicht auf der Verpackung. Das heißt, ich stehe also dann im Mediamarkt und bevor ich die 35 Euro da investiere, gucke ich halt einmal und dann finde ich in irgendeinem Forum, ja, okay, funktioniert bei mir stabil auf Ubuntu, bla, bla, bla und dann kaufe ich das Ding, aber es steht halt eben nicht drauf und jeder Hersteller wird sich nachher darauf berufen, ja, nee, wir supporten nur Windows. Aber, wie gesagt, gute Nachricht, es gibt ganz vieles, was funktioniert und wie gesagt, machen wir jetzt keine Werbung, aber es gibt einen größeren Hersteller, mit dem wir da auch gute Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich drucken und scannen. Da haben wir noch so ein Thema, da gab es so, das wäre jetzt so eine Wellenbewegung. Also als wir einstiegen, war das Thema, mehrere Displays zu unterstützen, so, dass es sehr gut funktionierte und dann gab es, da bin ich jetzt leider nicht tief genug in der Materie drinnen, aber es gab irgendwann mal einen Teil, wo das dann, wo gewisse Teile in der Software neu gemacht wurden. So, und das haben wir gemerkt, oder bei den Treibern neu gemacht wurden und das haben wir zu spüren bekommen. Und das ist was, was sich jetzt über die Jahre insofern verbessert hat, also ich habe ein Setup bei mir am Arbeitsplatz, dass ich einen meiner Bildschirme hochkant habe, weil ich das sowas für Messenger, Slack oder sowas, oder wenn ich ein Dokument lese, was halt A4-Hochformat ist, dann habe ich das lieber auf einem Screen, der hochkant ist und dann habe ich einen, der im Landscape ist und mein Notebook und das Ding funktioniert bei mir jetzt problemlos. Das war aber nicht immer so. Also wir haben wirklich Probleme gehabt von, Bildschirme fielen einfach aus, auf einmal können wir nur noch zwei Bildschirme ansteuern, so das muss so, boah, sechs, sieben Jahre her sein, würde ich behaupten, da gab es echt mal so ein richtiges Tal. Und dass er sich das Setup nicht gemerkt hat, dass man jeden Morgen die Bildschirme neu einrichten musste. Das war auch lange Strecke. Genau, aber das funktioniert. Stand heute, super robust und jetzt hat ein Kollege gestern sogar geschrieben, so er ist der Meinung, dass es aktuell am besten von allen Betriebssystemen läuft, also er ist sogar der Meinung, dass es einfacher und schneller geht, als das mit Windows einzurichten. Wie gesagt, ich habe auch überhaupt keine Probleme mehr damit, seit einiger Zeit. So, und jetzt verlassen wir für die letzten zehn Minuten den Bereich der Probleme und jetzt baden wir ein bisschen in dem, was tatsächlich gut läuft. Ich denke, ihr hättet alle noch einiges zu berichten, deshalb seid ihr hier und wir fokussieren uns mal so ein bisschen auf die Dinge, die für uns wirklich jetzt relevant sind und wo ich jetzt guten Gewissens sagen kann, wenn du diese Herausforderungen bei dir hast, dann kannst du in jedem Fall Ubuntu nutzen. Wir kommen ganz ursprünglich aus der Softwareentwicklung und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es Sinn macht oder dass Ubuntu ein hervorragendes Betriebssystem ist, um Software zu entwickeln, auch professionell zu entwickeln. Es gab ja irgendwie vor Jahrzehnten so ein bisschen dieses Ding, naja, also wenn du programmierst, musst du eigentlich Linux verwenden. Da ging es dann um Compiler und drumherum, Buildtools etc. pp. Das ist so ein bisschen zusammengelaufen und vor, ich würde sagen, vielleicht 15 Jahren oder sowas ist es tatsächlich so gewesen, dass das in vielen Punkten aus meiner Sicht auch Windows aufgeholt hat und es gab es so, auch gut so zu dem Zeitpunkt, wo wir gegründet haben, so Anfang, Mitte der 10er Jahre durchaus auch die Aussagen, dass Leute gesagt haben, nee, Windows ist absolut äquivalent. Also für wirklich Softwareentwicklung kannst du genauso Windows verwenden. So und ich hätte das jetzt rein so von der Compile-Zeit zum Beispiel und von den Tools, die es gibt, hätte ich das zeitweise vielleicht auch unterschrieben. So, weil ich auch gemerkt habe, es gibt Leute, die sind auf Windows unterwegs und die machen auch gute Software und die kommen da gut hin. Und dann hatten wir ein Projekt und das war höchst spannend. Wir haben eine Code-Base, das ist, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, das ist eine relativ alte Java-8-Anwendung. Und ich habe den ganzen Code, den Projektbild mit Maven und so ein bisschen Arndt noch dahinter und ein bisschen komplizierter, den kann ich entweder auf Windows oder auf Ubuntu ausführen. So, wir haben das halt, weil wir einen Anwendungsteil auf Ubuntu entwickeln wollten, in Containern, haben wir uns das Ganze, was man halt auf Windows von Hand zusammenstecken muss, lokale Installationen haben wir da in Containern gebaut. Und dann haben wir irgendwann mal, weil wir so das unbestimmte Gefühl hatten, das geht irgendwie auf Ubuntu immer fluffiger, haben wir uns mal die Bildzeiten angeguckt und haben festgestellt, dass wenn wir das Gleiche machen, links und rechts, das Original, unser Ubuntu, in 35 Sekunden durch ist, das Ding zu compilen, zu packen, auszuliefern in den Container und auf der Windows-Seite allein dieser Schritt, dieses Bauen und Packen, Minute 45 Sekunden gebraucht hat. Und das ist jetzt nichts, was mir so krass auffällt im ersten Moment. Aber jetzt rechnet das hoch, über 15 Leute, 18 Leute in der Entwicklung bei uns, die 30, 40, 50 Mal am Tag bauen, um irgendwas auszuprobieren. Und dann haben wir einen massiven Unterschied. Wir haben nicht weiter analysiert. Vielleicht hätten wir noch irgendwas ein bisschen wegoptimieren können an der Stelle. Aber ich bin da schon der Meinung und dann kommen andere Argumente eben dazu. Also Microsoft hat sich ja beim Thema Docker dann damit eingekauft in die ganze Thematik. Also da gibt es eine deutlich bessere Unterstützung, was vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. Aber wirklich alles, was ich skripten kann, auch so eine Docker-Umgebung aufzubauen, das geht einfach super entspannt unter Ubuntu. Und ich würde es nicht missen wollen. Und das ist auch das, was die Kollegen halt zurückmelden, dass sie sagen, wenn überhaupt Windows, dann aktivieren sie sich PowerShell und versuchen da halt irgendwie so nah wie möglich an ein Linux-Erlebnis dran zu kommen. Aber ansonsten sind die alle happy, wenn sie vor einem Ubuntu sitzen. Einfach was die Automatisierungen angeht, was die Einfachkeit des Installieren und Zusammenbasteln von Tools angeht. Dann haben wir beim Thema Sicherheit erst mal so, wir haben Festplattenverschlüsselung eingerichtet. Das ist was, wo wir einfach jetzt deutlich mehr Wissen und Vertrauen haben. Also das funktioniert, das funktioniert auch super problemlos, machen wir einfach mit allen Kisten. Das heißt, wenn ich die jetzt nachher verliere oder die jemand von euch mitnimmt, okay, dann könnt ihr da versuchen, euch die Zähne dran auszubeißen. Wir sind aber sehr sicher, dass das gut ist und stabil funktioniert, was wir da tun. Und ich bin mir da deutlich sicherer als bei dem, was ich jetzt von Microsoft da bekomme. Also da wird natürlich auch verschlüsselt, aber da habe ich nicht so den Grip da drauf. Das ist was, wo wir meines Wissens keine Probleme hatten damit, oder? Haben wir eingeführt und hat grundsätzlich von Anfang an auch immer guten Stab. Manchmal bei den Passwörtern war das nicht so der Zeichen nicht funktionieren. Ja, naja, wir hatten einen Kollegen, der halt mit Neo-Tastatur-Layout arbeitet und als wir da mal ran mussten, dann administrativ an den Rechner, weil wir einen Wechsel hatten und dann musste jemand versuchen, diesen Rechner also sich mal anzumelden und um den zurücksetzen zu können und dann hast du ein Passwort und dann haben wir irgendwie, dann gab es irgendwie das normale deutsche Layout, englisches Layout und Neo und wir wussten aber nicht, was jetzt für die Festplattenverschlüsselung gerade greift. Das heißt, wir wussten, wie das Admin-Passwort sein sollte und dann haben wir also quasi dieses Admin-Passwort noch übersetzt auf Neo und auf englisches Layout und so weiter. Das war ein längerer Abend, bis wir da rankamen, aber das war jetzt eher, wie man so schön sagt, technisch-organisatorische Maßnahme. Letzten Endes, wie gesagt, auf der Ebene der Festplattenverschlüsselung tut es alles, so wie es soll. Jo, und dann mein persönliches Highlight, weil ich ja, wie gesagt, hin und wieder auf solchen Veranstaltungen wie hier unterwegs bin und ich bin super entspannt und ich bin mittlerweile so, wenn ich eine Viertelstunde vor meinem Talk hier die Kiste aufstellen würde und dann poppt meine Ubuntu-Meldung auf, sagt hier Update, jetzt kannst du mal dein Betriebssystem updaten, ich würde es tun. Windows nie im Leben. Also dann würde ich zwei Tage vorher versuchen, die Kiste nicht mehr auszuschalten oder sonst was, aber da hätte ich einfach zu viel Angst, dass die genau in dem Moment, fünf Minuten vor meinem Talk sagt, so und jetzt installiere ich Updates, bitte schalten Sie das Gerät nicht aus. Hochfährt, runterfährt, wieder hochfährt und so weiter. Nie gehabt. Das Einzige, was mal ist, es verklemmt sich irgendwo eine Kernel-Version. Okay, so dann muss ich den halt, muss ich halt mit einem älteren Kernel booten, schmeiß den runter, installiere den neu oder ich warte ein paar Tage, bis der Fix kommt und dann läuft es. Aber da haben wir wirklich, ich würde behaupten, wir hätten mit Windows in der Fläche mehr Probleme gehabt, als wir jetzt hier mit Ubuntu hatten auf den letzten Jahren. Und wir haben nicht nur Leute, die technisch versiert sind. Wir haben Leute, die kommen von außen, die kommen wirklich für die Verwaltung, die kommen aus dem Gesundheitswesen oder so, wo ich immer so ein bisschen zucke und da jetzt gucken wir mal, wenn die hochfahren und da ist Ubuntu. Aber das funktioniert problemlos. Wir haben ein paar Leute, die sich gut auskennen, wirklich für die harten Fälle, aber den Rest kriegen die eigentlich selbst administriert. Und wie gesagt, wenn halt der Kernel nicht bootet, dann holt man jemanden dazu. Das ist aber wirklich eigentlich eine Sache von zehn Minuten, um das zu fixen. Und gleiches gilt für die Programme, die wir installiert haben. Es wird automatisch aktualisiert. Also jetzt habe ich vorhin bei Thunderbird geschimpft, aber letztendlich ist es ja super gut, dass ich mich nicht kümmern muss, dass ich nicht irgendwie tausend Pop-Ups bekomme. Also da kriege ich immer einen Anfall, weil ich halt diesen Windows-Rechner, den ich für das Kundenprojekt brauche, auch nur alle drei oder vier Monate einschalte. Und ich werde erschlagen von irgendwelchen Pop-Ups, weil irgendwelche Programme irgendwelche Updates da einspielen wollen. Das läuft wirklich smooth, läuft im Hintergrund und läuft so, dass wir uns da einfach gut drauf verlassen können. Das waren Dinge, die wirklich richtig gut laufen und weswegen wir auch da sagen würden, ich glaube, hat sich gelohnt zu gehen. So, jetzt 2021. Habe ich gesagt, wir haben uns wegentwickelt von einem reinen Software-Dienstleistungsbetrieb, haben eine Schule gegründet letzten Endes. Und wir haben, glaube ich, da gar nicht so wahnsinnig viel drüber geredet oder reden müssen, weil man tatsächlich sagen muss, dass diese Teams in der Education-Ausprägung, was wir als Bildungsträger, ich glaube sogar komplett kostenlos bekommen, bekommen, einfach schon einen krassen und sehr, sehr guten Funktionsumfang bietet, um Online-Unterricht, um Hybriden-Unterricht, um Live-Unterricht vor Ort, aber wirklich zu supporten. Also, was die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien angeht, Lernzielkontrollen, Kommunikation, ich habe es auf einer Plattform und man kann vom Unternehmen Microsoft halten, was man möchte. Das ist tatsächlich eine Lösung, wo ich sage, wenn wir uns das selbst zusammenbasteln, dann machen wir uns viel Arbeit für was, was es gibt und wo wir sogar kostenlos drankommen. Unsere Umzuschulenden bekommen Ubuntu-Rechner. Das machen wir auch ganz einfach aus dem Grund, weil die mit halb so viel Hardware auskommen. Also, wir müssten vermutlich überall doppelt so viel Speicher reinstecken, wenn wir dann Windows drauflaufen lassen wollen. Und wir sagen, ihr seid ITler, ihr wollt ITler werden, auch für den Bereich Systemintegration müsst ihr jetzt klarkommen damit. Und das funktioniert auch, meines Wissens ohne größeres Murren. Aber in der nächsten Reihe stellen wir halt fest, also ich habe mich dann irgendwann gefreut, mal wieder so einen Ausflug zu haben mit Office 365 und dachte ich, boah, geil, jetzt PowerPoint und jetzt wird alles besser als Impress. Und so nach zwei Stunden war ich wieder so, dass ich dachte, ja, es ist halt anders kacke. Also, es funktioniert schon, aber neulich hatte ich also das Ding Anfang dieses Jahres kein Witz. Ich habe den ersten Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien gehabt, ach der erste, sondern habe ich halt irgendwie am Samstag oder Sonntag vorher nochmal meine Slides durchgegangen, sah geil aus und Montag reingegangen, macht die erste Präsentation an, fehlt das Logo, auf der zweiten Folie fehlt die Überschrift. Und dann geht oben rechts in Teams, in Office 365, so ein kleines Ding, hey, wir haben eine neue Version eingespielt. Und ich so, ja, danke, habe ich gemerkt. Ja, also da war wirklich einfach so, von heute auf morgen fehlten in allen Präsentationen auf den ersten drei oder vier Folien einzelne Elemente, mal ein Hintergrundelement, mal ein Logo, mal eine Überschrift, mal ein Textblock. So, und das ist schon so, ja, okay, die Lizenz ist wieder kostenlos, jetzt kann man da streiten, aber ganz ehrlich, so bei der Masse und bei dem Unternehmen, was dahinter steckt, bin ich dann doch zum Teil enttäuscht davon, dass es so ist. Aber ich glaube letztendlich für unsere Academy die richtige Wahl. Also was mir auch fällt, dass Leute sowas bei Microsoft zwar lecker, das aber letztendlich einfach hinnehmen und wenn sie jetzt aber eine Nutzung haben und da haben sie dann irgendein Problem, dann ist alles scheiße. Ja. Das ist so ein psychologisches... Ist es, genau, ist es definitiv so, auf die Diskussion lassen wir uns da gar nicht ein, also mit den Leuten, da gibt es auch wenig Diskussion, so was ist jetzt ein besseres Betriebssystem. Wir haben eine Handvoll Leute, die einen Mac nutzen, weil das einfach Sinn macht für Marketing und Layout. Wir haben also unsere Leute, die in der Academy-Verwaltung drinnen sind, die haben tatsächlich Windows-Maschinen mittlerweile, weil einfach die Web-Tools nicht gut genug sind. Also Office 365 nur im Web ist aus meiner Sicht noch nicht konkurrenzfähig. Wenn es das irgendwann ist, ja, schauen wir mal. Aber die brauchen halt die brauchen halt ein paar Dinge, die Standalone auch laufen und ansonsten ich lasse mich da auf die Diskussion dann gar nicht ein. Ich sehe es aber so wie du, also da wird es manchmal mehr verziehen. Ich glaube aber letztendlich ist es auch immer was Neues. Ja, also ich muss ja irgendwie dann mir was Neues angucken und wenn man, also XP, Windows XP ist ja wirklich massiv dann abgekündigt worden, End of Life, lange kommuniziert und ich glaube die Leute, es war dann egal, ob sie auf Windows 7 wechseln oder auf ein Ubuntu, es ist alles anders und das mag der Mensch halt nicht. Das ist vielleicht irgendwo das Kernproblem. Gut, jetzt kommen wir zum Ende. Ja, sorry. Was für Finanz- oder Faktor-Hübens-Hobstätten sind? Bitte, Entschuldigung? Was für Finanz- oder Faktor-Hübens-Hobstätten sind? Ja, das ist genau das Problem. Also da kommst du an Punkte, das ist gewisse Dinge, auch für die private Steuererklärung. Jetzt gibt es mittlerweile Web-Tools, aber bis vor ein paar Jahren hatte ich halt dann wirklich nur die Möglichkeit mit VM-Web-Player mir dann Windows hochzuziehen und das ist bei den Finanz- bei Finanzsoftware oder sowas ist es genau das gleiche Problem. Also für die Faktorierung, wir die Dinge, die Masse sind, machen wir tatsächlich jetzt webbasiert mit Payment über Stripe und dann kannst du da Fakture abbilden. Dann haben wir halt ein Datev, was aber unser Steuerverwalter macht, Steuerberater macht. Genau. Ja, also das kann man leider komplett vergessen. Ja, also da gibt es gewisse Grenzen. Es wird immer weniger, weil immer mehr webbasiert wird, aber es gibt halt gewisse Dinge, die gibt es dann einfach nicht. Oder du musst halt wieder irgendwie sowas haben, dass es die eine Windows-Kiste gibt in der Ecke, wo man weiß, okay, da muss man halt einmal im Monat Datev-Belege hochladen. Das ist aber auch nicht schön. Genau, ja, abschließend die Frage, würden wir es wieder tun? Ja, es ist halt im Rückblick so ein bisschen müßig zu betrachten, weil natürlich historische Veränderungen da auch kamen, muss man, glaube ich, einfach so berücksichtigen. Aber ich glaube, unterm Strich würde ich es tun. Ich würde es auch jedem empfehlen. Ich würde es empfehlen mit einer gewissen Flexibilität. Flexibilität und das große Aber, was aber darunter steht, ist eben genau, wir haben in diesen zehn Jahren natürlich eine starke Bewegung gesehen hin zu webbasierten Tools. Das heißt, aus meiner Sicht, jedes Unternehmen, jede Herausforderung, wo ich sage, ich möchte ein stabiles, ressourcenschonendes, schnelles, sicheres Betriebssystem, wo im Wesentlichen ein leistungsfähiger Browser drauflaufen kann, würde ich sofort sagen, nimm Ubuntu für Verwaltung, für was weiß ich, tue es einfach, weil du weniger Trouble hast und das ist definitiv zumutbar, auch wenn man keinen technischen Hintergrund hat. Wie sich das jetzt entwickelt hätte, wenn der Trend eher dazu gegangen wäre, dass es mehr lokal installierte Software gibt, ich kann es nicht sagen. Und wie gesagt, wir kommen immer wieder an Punkte, wo wir halt feststellen, das gibt es einfach nicht, gerade auch so staatliche Stellen oder sowas, wenn es da an die Grenze geht, da wird es halt unschön. Ich habe ganz entzückt festgestellt, dass es eine hervorragende DJing-Software gibt. Also da hatte ich gar nicht mit gerechnet, da gibt es aber, wer da in der Ecke Affinität hat, mit Mix, Doppel X geschrieben, gibt es ein super, Dreifache X? Ja? Dreifache X, genau. Also gibt es eine hervorragende, stabile Lösung, die wirklich genauso viel Spaß macht, wie die teuren Dinge, die man sonst so kaufen kann auf dem Markt, die ausschließlich unter Windows und Apple laufen. Das als unser Resümee. Ich freue mich auf euer Feedback, eure Anmerkungen gerne persönlich. Wie gesagt, wenn jemand unsere offenen Probleme lösen kann, dann findest du in der nächsten Präsentation dann auch Erwähnungen oder wie auch immer, wir finden den Weg, uns erkenntlich zu zeigen. Nein, genau. Also ich wünsche euch weiterhin viel Spaß an diesem Tag. Ich glaube, das ist gut, dass wir die Linux User Group haben und das ist in jedem Fall was, was sich bei uns im Unternehmen auch bewährt hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus Vielen Dank.